So wird die deutsche Wachstab heute wählen im Tor unserer Leidens der Kapitän Neurel! Neurel! Wir freuen uns auf unsere Nummer 3, Jonas! Mit der Nummer 5, Franz! Unsere Nummer 6 ist Servi! Mit Hiram! Der Mann mit der Nummer 3, Jonas! Mit der Nummer 13, Thomas! Wir freuen uns auf die 17, Jonas! Unsere Nummer 18 ist Toni! Der Mann mit der 13, Mario! Mit Hiram! Unsere Nummer 12! Du Schuhe! Unsere Nummer 23, Mario! Amen! Zunächst auf der heutigen Mann! Nächste Nummer 2, Perks! Die 22, Michael Lehm! Die 2, Schuhe! Die 2, Schuhe! Mit der 4, Benedikt! Mit der 4, Benedikt! Unsere Nummer 7, Bastian! Mit der Nummer 3, Adrian! Mit der Nummer 3, Adrian! Mit der Nummer 3, Adrian! Die 10, Lukas! Mit der 4, Julian! Unsere Nummer 3, Julian! Die 16, Emre! Mit der 15, Julian! Mit der 15, Julian! Unsere Nummer 16 ist Jonathan! Ja! Und wir haben jetzt 20! Lübeul! Sate! Vielen gerne begrüßen den Bundestrainer Jörgy! Ja! Ja! Oh, 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 oh!